Was macht der alles, Marie? Elaminiert! Elaminiert! Leute, das ist unser Aufgabenbereich. Was macht der noch, Marie? Schneidet aus! Schneidet aus! Auch mit diesem schönen, kennt ihr den Dehnungseuphemismus? Wenn etwas nicht so schön ist, wie es eigentlich ist, dann macht man vokalmäßig hinten oder länger, ja? Nicht elaminiert, sondern elaminiert! Schneidet aus! Ich nenne es liebevoll den Dehnungseuphemismus. Schön, oder? Was haben wir heute gemacht? Wir waren spazier- Weißt, das war eigentlich total scheiße. Aber wir waren spazier- Ich lese den Buch. Dehnungseuphemismus. Marie, tut nichts zu Sachen. Was macht er noch? Elaminiert!